Der PSV-Rassisten bedankt sich bei allen Fans und Zuschauern und wünscht bei Ihnen eine erhöhsamen Sommerpause und den gewünschten Erfolg in der kommenden Saison, so wie heute noch einen guten Nachhauseweg. Heute Abend findet den Städten-Gesichtverein Rassisten die Tahiti Sunrise Party statt. Auch hierzu sind alle Fans und Spieler recht herzlich eingeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020